Sehr professionell wie immer. So und wir beginnen hier an der Stelle, wo wir am letzten Part nicht aufgehört haben. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Ein Little Nightmares, das DLC mit Kits. Ja, hier war der letzte Sprecherpunkt. Hier wurde ich leider zurückgeworfen. Und hier muss ich leider jetzt erstmal auch weiterspielen. Na, schwimm. Schwimm. Und hopps, und jetzt schwimm du. Beweg dich. Oh man, 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 oh man. Knappe Sache. Gut, dann müssen wir jetzt heute erstmal zu dem Punkt kommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ist mir Ist mir Offscreen leider nicht gelungen. Was, ich war noch drauf. Ah, jetzt beginnt der Spaß hier wieder mit dem Unterwassergerangene. So. Ja, sehr toll. Natürlich hier nochmal falsch reingesprungen. Da bin ich ja sowieso schon so gut getot. Ja, es sind halt unfaire Specherpunkte in den Nightmares. Da kann es schon noch vorkommen. Das war hier nochmal von dieser eine Phase hier von vorne stehen müssen. Nein, das war jetzt blöd. Weiter wird nochmal ordentlich gestorben hier. Bevor wir weiter vorankommen. Ja, sehr schön. Willkommen zurück zu Little Nightmares. Das Spiel, wo ich dauerhaft sterbe. Ich hätte es gerne Offscreen gemacht, aber das habe ich dann auch Offscreen eine halbe Stunde vor Streambeginn noch versucht. Aber das musste ich dann hier live machen. So, da ich schon weiß, wie es hier vorangeht. Ja, keine Chance. Wenn da schon die Hand rauskommt. Hier sollte man eigentlich springen. Das wäre keine schlechte Idee. Dann ist man gleich ein bisschen näher dran. Oh Mann. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nimmt das wirklich langsam Horrorzüge an. So, fang. Friss. Holststückchen. Und jetzt schnell hier. Mal die Sprint-Taste gedrückt halten. Und mal schnell durchs Wasser schwimmen. Verdammt. Ich war schon am Hocker dran. Auf den Hocker hätte ich gemusst. Dann hätte ich da noch einen Sprung. Und weiter. Verdammt. So. Was mache ich denn jetzt hier? Was mache ich denn für Sachen? Na, ach. So, jetzt hier mal. Schnell, 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 schnell. Es war viel zu früh. Es ist hier viel zu früh reingestogen. Ja. Fehler erkannt, Fehler gemannt. Nein, irgendwie nicht. Zumindest erkannt haben wir ihn. Ach ja. Die Sache mit der Sprung-Taste. Ich wohne Sprung-Tasten. Waren bei Spielen noch keine Freunde. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Hoch hier. Ich habe es geschafft. Nice. Okay, bis dahin komme ich doch mittlerweile solide. Jetzt verschwende ich hier wieder meine Zeit. Viel zu früh reingesprungen, viel zu früh reingesprungen. Ach, das ist doch nervig. Dass ich hier wieder Zeit verbringe, obwohl wir da schon weiter waren. Schlimm. Jetzt ist noch mal die Taschenlampe geschrottet. Und hier hoch. Nein. Mach keine Sachen. Mach Sachen. So, geh mal. Haube die hops und hops. Hier hoch. Schaut mir live beim Scheitern zu. Das ist das Motto dieses Teams. Männer Streams generell. Also, beweg dich, 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 beweg dich. Nicht so schnell, hast du doch Zeit. Wozu die Hetze? Warum schnell schwimmen? Das geht auch mittlerweile solide. So, hier jetzt den Fisch werfen. Damit er mal abklingelt ist. Da schwimmt hin. Und hops. Und losgeschwommen. Na komm, na komm. Diesmal können wir es schaffen. Diesmal können wir es schaffen. Diesmal können wir es schaffen. Und hops. Und weiter 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 und weiter. Ich glaube, die Kisten hoch. Sehr schön. Hier hoch. Sehr toll. Und voran und voran und voran und voran. und voran und voran und voran hier hoch und weiter und weiter und weiter und weiter und hoffs jetzt springen dem muss da war natürlich kein zählst meint zwischendrin oder natürlich nicht das wäre zu das wäre zu gütig gewesen zu gütig da kommt ja komm 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 hoch und okay das kriegchen die waren schon zu weit jetzt doch denn da weg das den schirm das den schirm das den schirm das den schwimmen und hoffs und jetzt hier am besten um die kurve springen da komm das war schaff es die drinnen wird mich nicht fangen so wieder auf dem regal leider kein safe point so jetzt haben wir einen kleinen vorsprung das ist das auch vorsprung wenn man vor springt jetzt springen müssen hallo nur du erlebst mich hier wieder mit könnten nicht kürten nur hättchen mein nur gab hier schon ganz am anfang stress schon bevor das team richtig angefangen hat muss die schneiden muss die schon heute schon eine blockade aussprechen muss hier schon sowas will ich hier nicht im stream chat sehen ja komm auf geht's mittlerweile kriegen wir das doch hin ach so da kann ich mich festhalten an der materne gut und nütze hier hoch hier hoch und habs da kommen da kommen da kommen und jetzt springt ich komme immer bis dort hin und nicht weiter bis hier hin und nicht weiter halt stopp die erste die das ist tatsächlich der charakter ein das habe ich als die letzten parts verarbeitet habe schon mal auf der wiki seite gefunden die charakter der hier unter dem wasser schwimmt und uns mit seiner hand greift das ist hier die großmutter auf deutsch das heißt der karakter sind von monatze zum die großmutter na komm und habs hoch hier hoch hier was machst du denn ja noch ein warmbadetag hier oder was schön mal zurück warum die uns jetzt hier nicht gegriffen hat ist mir auch ein rätsel schnell hier rüber hopps schnell hier rüber hopps schnell hier rüber 서울 und man, oh 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 man oh man die stille ist fies rüber ich bin gleich wieder da mache mir was zu essen guten Hunger, Noah du bist gleich ja in der stelle haben wir im letzten stream festgegangen Es ist halt blöd, wenn da mehrere Streams dran hängst. Das hat man am letzten Stream schon. Der Safepoint war ein bisschen unfair. Wir haben am letzten Stream dort hinten beim Regal schon aufgehört. Das war mal. So weit waren wir eigentlich schon. Okay, ohne den Fisch brauchen wir es eigentlich gar nicht zu versuchen. Wir müssen den Fisch werfen. Damit wir es ablenken können. Die Granny. Granny Simulator, das können wir auch irgendwann mal spielen. Habe ich mir noch nicht gekauft, aber habe ich auf meiner Wischlist. Kostet nicht so viel. Könnte ich mit dem Modi zusammenspielen. Kann man gut zu zweit spielen. Kostet glaube ich zwischen 3 und 5 Euro. Also wäre mal machbar, dass man das mal spielt. Aua, das ist dann zu oft Topic hier. So, hier mal. Na komm. Jetzt gehen wir noch mittlerweile hin. Wie kommt denn die hier hin? Jetzt bin ich hier reingeklumpst. Ach, verdammt. Die Türstelle ist wirklich fies. Das ist hier. Das hat hier Rage Game Charakter. Na komm. Ach, Mensch. Das ist doch nicht angenehm. Yo. Oh, das habe ich verkauft. Den Fisch reingeworfen, aber dann schon gleich hinterher gesprungen. Ja, dadurch hat sie mich ja gleich. Ein Albtraum auf die Passage. Ein kleiner Albtraum hier. Und hops. So, sehr gut. Fisch werfen. Internationaler Fischwaldwurf. Contest. Des Todes. Des Todes hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hops. Nicht an der Laterne hängen bleiben. Auf die Fässer. Und hops. Und hoch hier. Auf den Schrank. Und hops. Vorhin auf die Britte. Hier auf die Britte. Auf die Britte. Auf die Britte. Na komm. Und weiter hier. Keine Zeit verschwenden. Na komm hier. Nein, 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 nein. Sehr gut. Hier sind wir erst mal in Sicherheit. Hier sind wir erst mal in Sicherheit. Nicht wirklich, aber so. Dann hatten wir hier das mit dem Schiff. Das ist dann noch fieser. Da sind wir im letzten Part nicht weitergekommen. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Jetzt haben wir hier, jetzt sind wir wieder nach 16 Minuten streamen. Jetzt sind wir wieder angekommen. Ja, jetzt sind wir wieder nach und zu sehen.